Neu auf dem europäischen Markt der universell einsetzbaren ATVs ist der Tinger aus russischer Produktion. Die Erfahrungen der höchst unterschiedlichen Vegetationszonen und klimatischen Bedingungen in Russland sind in die Entwicklung des Tinger eingeflossen. Angetrieben wird der Tinger mit Otto-Motoren von 35,4 bis 68 PS. Die Kraft wird entweder über voluminöse Niederdruckreifen oder ein gefedertes Raupenfahrgestell übertragen. Die geschlossene Bodenwanne macht den Tinger schwimmfähig. Der Tinger hat Platz für 4 bis 5 Personen, alternativ 500 kg Zuladung. Wird eine höhere Ladekapazität gewünscht, gibt es designgleiche Anhänger und auch diese wieder mit Rädern oder sogar Schneekufen. Wird eine höhere Ladekapazität gewünscht, gibt es designgleiche Anhänger und die Höhe Ladekapazität gewünscht. Wird eine höhere Ladekapazität gewünscht, gibt es designgleiche Anhänger und die Höhe Ladekapazität gewünscht.